So ziemlich all unsere technischen Gadgets aus dem Alltag haben welche verbaut, erinnern uns an die wichtigen Dinge und erleichtern uns immer mehr den Alltag, ermöglicht durch dieses kleine Ding hier, Computerchips. Ein Produzent behauptet, dass 97% seiner Chips funktionsfähig sind und na klar, Fehler können immer passieren. Das denkt sich auch ein Großabnehmer, aber er muss sich natürlich fragen, wie viele funktionsfähige Chips denn mindestens in einer Lieferung mit 300 enthalten sein müssten, um der Aussage des Produzenten Glauben schenken zu können. 250 Funktionswege wären beim angegebenen Prozentwert gefühlt deutlich zu wenig. Aber was ist mit 280 oder 290? Bis zu welcher Stückzahl sollte der Großabnehmer die Lieferung annehmen? Und was, wenn er sich doch irrt? Bleiben wir beim Bauchgefühl. Wenn die Wahrscheinlichkeit für die Funktionstüchtigkeit der Chips mit 97% angegeben ist, dann sollten in einer Lieferung mit 300 Exemplaren ziemlich viele funktionieren. Ist die Anzahl der funktionsfähigen Chips aber gering, so sollte man der Aussage der Firma nicht vertrauen. Je größer jedoch die Anzahl aber wird, umso besser nicht nur das Bauchgefühl. Auch die Mathematik sagt dann eindeutig, ab einer bestimmten Grenze kann die Aussage der Firma nicht mehr abgelehnt werden. Und genau diese Grenze und den zugehörigen Ablehnungsbereich berechnen wir nun gemeinsam mit einem linkseitigen Hypothesentest. Die Zufallsvariable x, welche die Anzahl der funktionsfähigen Chips angibt, ist in guter Ernährung binomial verteilt, mit den Parametern n ist gleich 300 und p ist gleich 0,97. Als nächstes formulierst du aus dem Aufgabentext heraus die Nullhypothese H0. Sie behauptet, dass die Funktionsfähigkeit bei 97%, also bei 0,97 liegt. Der Großabnehmer möchte diese Hypothese mit seiner Stichprobe testen und behauptet einfach das Gegenteil. In diesem Fall also, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit gerade nicht bei 0,97 liegt. Im nächsten Schritt solltest du den Erwartungswert der Zufallsvariable berechnen, für den ich dir hier nochmal das Histogramm der Binomialverteilung zeigen möchte. Aber für unsere Zwecke ist das im Moment alles viel zu klein, kurz vergrößern und neu orientieren. Der Erwartungswert einer binomial verteilten Zufallsvariable ist bekanntlich das Produkt aus dem Stichprobenumfang und der Erfolgswahrscheinlichkeit. In unserem Beispiel beträgt er 291. Im Durchschnitt kann der Großabnehmer also 291 funktionsfähige Computerships erwarten. Jetzt klärt sich auch, warum hier ein linksseitiger Hypothesentest vorliegt. Stutzig wird der Großabnehmer nämlich dann, wenn die Abweichung nach links größer wird, wenn also Erfolgszahlen kleiner als 291 auftreten. Zur Bestimmung des Ablehnungsbereiches brauchst du in Schritt 3 eigentlich nur noch eine Information, die glücklicherweise in der Aufgabenstellung angegeben wird. Das Signifikanzniveau Alpha. Der Großabnehmer möchte nämlich seine Entscheidungsregeln mit einem Signifikanzniveau von 5% formulieren. Er möchte also mit 95%iger Sicherheit sagen können, ob die Aussage der Firma zumindest nicht falsch ist und er die Bestellung annehmen sollte. Zu diesem gegebenen Signifikanzniveau suchst du die kleinstmöglichste Erfolgszahl G, sodass die Wahrscheinlichkeit, höchstens G-funktionsfähige Chips zu haben, kleiner oder gleich dem Signifikanzniveau ist. Also schnappst du dir ein paar Erfolgszahlen, die links vom Erwartungswert liegen und probierst einfach mit dem Taschenrechner oder einer vorgegebenen Tabelle. Für höchstens 287 funktionsfähige Chips beispielsweise, also die Summe der ersten 287 Balken, beträgt die kumulierte Wahrscheinlichkeit 0,1209, deutlich zu viel. Für 286 liegt sie bei 0,0708, für 285 bei 0,0390 und für 284 bei 0,0203. Das erste Mal kleiner als 0,05 ist also die Wahrscheinlichkeit für höchstens 285 funktionsfähige Chips. Und diese 285 Chips, das ist die obere Grenze für deinen Ablehnungsbereich. Er besteht also aus allen natürlichen Zahlen, kleiner oder gleich 285. Für die Entscheidungsregel bedeutet dies nun das folgende. Befinden sich unter den 300 bestellten genau 285 oder weniger funktionsfähige Chips, so liegt eine signifikante Abweichung vom Erwartungswert vor. Die Nullhypothese sollte verworfen, die Lieferung abgelehnt werden. Befinden sich jedoch mehr als 285 funktionsfähige Chips in der Lieferung, so kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. In diesem Fall sollte die Lieferung angenommen werden und ja, genauso lang wie der Text schon beim Zuhören war, genauso lang ist er auch beim Aufschreiben. Und genauso sollte er auch bei dir auf dem Zettel stehen. Mit dieser Entscheidungsregel hat der Großabnehmer ein ziemlich einfaches Mittel, um zu checken, ob er eine Lieferung annehmen oder zurückschicken sollte. Zumindest statistisch gesehen. Bei 285 oder weniger geht die Lieferung zurück, bei mehr als 285 nimmt er die Lieferung an und baut die Chips in seine smarten Geräte ein. Aber diese Regel, die ist schon ganz schön hart. Nur weil die Grenze von 285 unterschritten wird, gleich alles zurückschicken? Klar, bei 271 funktionsfähigen Chips ist die Abweichung zu dieser Grenze viel zu groß. Aber je dichter man den 285 kommt, ach vielleicht liegt der Großabnehmer mit seiner Entscheidung ja doch falsch. Und dieses Gefühl, das ist gut begründet. Bedenke bitte, die 300 gelieferten Chips, das ist nur eine Stichprobe. Die Firma produziert täglich deutlich mehr Chips, also eine viel größere Grundgesamtheit. Die Aussage der Firma kann also insgesamt für alle produzierten Chips stimmen. Und ausgerechnet bei diesen 300 hatte der Großabnehmer einfach Pech. Es kann also passieren, dass der Großabnehmer die Hypothese der Firma verwirft und die Lieferung ablehnt, obwohl die Hypothese der Firma in Wirklichkeit über der Grundgesamtheit stimmt. Gut, nochmal langsam. Angenommen über der Grundgesamtheit, das heißt unter allen produzierten Chips, stimmt die Aussage der Firma. Die Chips funktionieren tatsächlich zu 97%. Wenn sich der Großabnehmer nun aufgrund des Stichprobenergebnisses entscheidet, die Nullhypothese nicht abzulehnen, dann hat er ja offensichtlich alles richtig gemacht. Einen Fehler begeht er aber, wenn er aufgrund des Stichprobenergebnisses und der Entscheidungsregel der Alternative Glauben schenkt und die Nullhypothese verwirft. Und das, obwohl sie ja tatsächlich stimmt. Dieser Fehler bekommt einen eigenen Namen und heißt Alpha-Fehler oder auch Fehler erster Art. Glücklicherweise ist die Berechnung des Fehlers erster Art aber ein Kinderspiel. Du hast es nämlich bereits bei der Bestimmung des Ablehnungsbereiches getan. Der Großabnehmer lehnt die Nullhypothese genau dann ab, wenn das Stichprobenergebnis im Ablehnungsbereich liegt. Wenn es also 285 oder weniger funktionstüchtige Chips gibt. Um die Wahrscheinlichkeit für diesen Fehler zu berechnen, musst du dich also fragen, wie wahrscheinlich es ist, genau 285 Erfolge zu haben oder 284 oder 283 oder naja und so weiter, bis man bei den Nullerfolgen angekommen ist. Im Prinzip also die kumulierte Wahrscheinlichkeit dafür, höchstens 285 funktionsfähige Chips zu haben. Und diese? Diese brauchst du nicht extra nochmal berechnen. Das haben wir doch schon vorhin gemacht, als wir für den Ablehnungsbereich herausfinden wollten, für welche Erfolgszahl g die kumulierte Wahrscheinlichkeit kleiner oder gleich dem Signifikanzniveau ist. Und genau in dieser kleinen tabellarischen Übersicht steht auch die sogenannte Irrtumswahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art. Wenn also die Nullhypothese in Wirklichkeit stimmt, der Großabnehmer aber aufgrund des Stichprobenergebnisses die Nullhypothese ablehnt und somit den Fehler erster Art begeht, so tut er das mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,039 oder 3,9%. Die Nullhypothese in Wirklichkeit 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 Vielen Dank.